Was haben wir noch? Rohan! Das schaffen wir aber. Das sollten wir jetzt schaffen. Rohan. Ja, und oben muss ich jetzt gucken, wie ich das verteidige. Das wird nicht ganz easy. Was sollen sie auch gar nicht? Warum bauen halt hier die Feste und nehmen es mehr auch recht. Da ist der Feind. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Na komm schon. Dann können wir da noch angreifen. Was haben die da? Solche komischen Viecher. Na dann. Ja, dann ziehen wir uns zurück. Ganz einfach. Wir greifen uns an. Genau, machen wir die Baumeister tot. Ein bisschen Armee hätte ich schon gern dabei. Irgendwie. So ein bisschen. So ein bisschen. Schafft man die Festung oder? Sehr schön. Ja gut, dann zerstören wir hier noch alles und das war's dann. Wow, 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 wow. Ganz langsam. Aber jetzt mal ganz langsam. Oh, weißt du was? Ich bilde hier jetzt diesen Helden aus. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Schnell weg von der Niede. Ach, sind hier zwei Gegner? Aha. Na, guck mal einer an. Ja, dann zerstören wir doch diesen Baumeister lieber doch gleich. Aber was hat denn der hier? Ja, das ist auch gut so. Toll, das Auge Saurons. Fühlt sich toll, weil alles sehen kann. Nein, 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 nein. Das ist das Level für den Drachen. Ja, okay. Viel Level ist er nicht. Ja, ne, nein. So, upgraden. Nein, 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 nimmst du es ein. Schön einnehmen. Ja, ich weiß. Jetzt mach mal, jetzt mach mal es jetzt fertig. Na, komm. Bild mal lieber aus, so viel wie geht. Komm schon. Ach. Was hat man hier noch? Den können wir angreifen. Der kann sowas hier machen. Oh, der trifft keinen einzigen. Sehr schön. Sehr schön. Wie wär's, wenn du den da angreifst? Ob den nicht hier irgendwo... Genau, gib mir mal Geld. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Geld ich bekomme. So, der Drache darf sterben. Oh, das gab gut Geld. Oh, Türme hat er auch noch. Okay, er hat Türme. Das ist in Ordnung, er darf Türme haben. Kein Problem. Den Baumeister sollte ich vielleicht noch vernichten. Und ansonsten... gibt's Spinnen. Der Drache, der könnte hier so ein bisschen Zerstörung machen. Ah, hier hat's hier zum Vorposten. Den holen wir uns. Wollen wir noch Truppen hier? Ich hoffe, der kommt jetzt mal nicht näher. Der Schaden geht, aber... Naja, eigentlich ist das nicht zu stark. Okay, mehr Spinnen. Eigentlich will ich euch nicht verlieren. Renn! Renn doch! Dann lassen wir das lieber den Drachen machen. Und noch ein paar Spinnen. Der arme Troll kann ihm richtig leid tun. So... Gollum? Ne, das ist ein Orcharbeiter. Da unten war Gollum. Aha. Haben wir noch ein paar Spinnenreiter? Yes, sehr schön. Du arbeitest an eurer Einstellung! Okay. Gut. Dann haben wir das wenigstens geschafft. Und tschüss Baumeister. Und tschüss Gegner. Nice. Wenigstens das habe ich geschafft. Also habe ich da unten den Drachen zusammen mit dem... ...Hero. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Ich glaube, ich werde versuchen den Helden Stück für Stück... ...nach hinten zu befördern. Also wieder... ...zurück nach oben. Aber ich konnte mir die Chance ihn auszubilden... ...einfach nicht entgehen lassen. Ich erforderweise wieder. Kriegt also eine Bonus-Gasthaus-Einheit bei Schlacht. Nur... ...leider ist halb Anor... ...wieder... ...im Besitz der Menschen. Warten Mist. Okay. Der Held geht rückwärts. Der Rest der Truppe geht vorwärts. Wow, die sind Stufe 3. Ah, hier kann man tauschen. Warte mal. Warte, 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 warte. So vielleicht. Gut. Jetzt haben wir hier 1000 Millionen Spinnen. Oh, in Ordnung. Ich renne jetzt wirklich einmal nach hinten durch. Komplett. Ins Hinterland. Um alles wegzunehmen. Wir greifen mal an. Ähm... Da splitte ich jetzt meine Armee ein bisschen. Ich muss jetzt hier... ...mich ein bisschen so... ...lang gezogen... ...lang ziehen. Oh, hier ist sehr stark. Sind die alle ausgerüstet? Ich nehme jetzt mit Absicht... ...das Zeugs mit, was nicht so... ...das darf gar nicht mehr mit. Okay. Äh... Ich greife, glaube ich, da an. Und die schickt mal so viel, die geht runter. Okay. Und da schickt man auch so viel, die geht runter. Aber warte mal. So ist besser. Schön. Dann greift man hier an. Die kommt nach vorne. Okay. Und dann bauen wir überall wieder Gänge, weil ich echt Geld brauche. Ich kriege kein Geld rein hier. So. Was haben wir? Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht bombastisch gut aus. Das speichere ich gleich. Weil ich vermutlich... ...als Cons... ...jede dieser Schlachten gewinnen werde. Jede. Fangen wir da unten an. Piece of Cake. Das wird wirklich einfach. Ach! Keir Andros. Da schau an. So weit sind wir schon... ...nach Osten vorgedrungen. Obwohl sie immer als Westen... äh Menschen des Westen. Tja. Naja. Wenn wir jetzt schon kein Andros sind, dann sind wir fast schon im Minas Tirith. Dann sind wir fast schon im Minas Morhul. Dann sind wir fast schon im Schicksalsberg. Und dann haben wir fast schon gewonnen. Wenn es die Mission wäre, zum Schicksalsberg zu kommen. Ist aber nicht die Mission. Können die einnehmen? Was sollen wir sonst noch bauen? Ihr dürft nicht gefaulen! So, dann holen wir uns hier wieder... ...alles was geht. Die rennen rüber. Die rennen runter. Leuchtfeuer nehmen wir auch ein. Warte mal, da fällt mir ein. Ja, deswegen habe ich ja auch Pfeile umgesattelt. Ein Gasthaus will ich nicht. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das Gasthaus kann ich vernichten. Okay, ja, der kann da weitermachen. Oh, wow, so viele Einheiten. Warte mal, warte mal, warte mal. Das will ich jetzt wissen, wie gut das funktioniert. Wow, 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 wow. Das funktioniert gar nicht gut. Ja, ich sehe es. Aber ich habe ja hier Spinnenreiter. Okay. Okay. Ähm. Was haben wir noch? Das Gasthaus wollte ich vernichten. Der will mir echt hier mein Zeug streitig machen. Gibt es aber nicht. Da unten? Was verfolgen die? Aha. Okay. Ich baue euch hier eine Festung. Wo sind sie denn die Grabunholde? Ja, die können wir doch vernichten, oder? Ach, das habt ihr schon zerstört. Sehr brav. Weißt du was? Jetzt machen wir das so. Ja, soll er das Gold nehmen? Ich kriege eh wieder was zurück. Das war ja Dunkelohrkrieger. Der ist auch schon wieder unvorteilhaft für mich. Das kann man einnehmen. Ich bin ja wirklich an 1000 Stellen Zeitlöcher am Werke. Und das kann man einnehmen. Und das Gasthaus wollte ich schon vor ewigen Zeiten vernichtet haben. Okay. Wie sieht denn das hier aus? Was sind denn die... Ja, genau. Okay. Na, das ist kein guter Bauplatz. Nö. Okay. Und die spinnen dorthin. Die zerstören jetzt dieses Gebäude. Genauso wie der Drachenfürst. Na, warte mal. Ich hole mir lieber erstmal das Gold. Die Gasthaus-Einheiten sind gar nicht so schlecht. Und das zerstören wir auch. Ich könnte es auch einnehmen, aber dann könnte es mir wieder weggenommen werden. Und dann kann er im Hinterland ausbilden. Deswegen zerstöre ich die Teile lieber. Weil ich benutze sie nicht, weil ich die Einheit nicht auf die Karte mitnehmen darf. Und sie bloß so Blei fressen, das ich anderweitig benutzen könnte. So, dann zerstören wir hier das Wartteil nochmal. Ist die Festung jetzt bald fertig? Gott braucht die lang. Ist ja furchtbar. Schöner Feuerball. Ah, siehst, sie wollen schon wieder mein Gebäude erobern. Das könnte ich aber einnehmen. Dann machen wir wieder Spinnen. Ja, wirklich die Beschwerung des Feuerdrachens. Das könnte ich auch mal gern machen. Das klingt nämlich lustig. Ja, 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 sorry, sorry, sorry. Ich weiß, ich habe euch unterbrochen. Könnten die mal aufhören, die Mine anzugreifen. Noch ist nämlich die Mine aktiv. Oh, die sind halt schon fast Stufe 4. So, der Drache hat auch nicht überlebt. Ja, ich will aber noch mehr Spinnen. Okay. Ja, rennst einfach mal drüber. Du auch. Äh, der kann weg. Oh ja, das Gasthaus. Das müssen wir unbedingt zerstören. Komm her. Das ist sehr gut. Gebt mir den Drachenhort. Denn ich will wissen, was der Drache kann. Wahrscheinlich stirbt da eh sofort. Das ist genauso useless wie die Adler von den Elben. Aber ich will es wenigstens probieren. So. Was haben wir noch? Da ist nix. Haben wir noch ein paar Spinnen. So. Hau mal lieber ab da. Aha. Ein schönes Gebäude. Das hole ich mir wieder. Und der Drache kostet 2000. Wow. Also, um diesen Drachen zu beschweren, muss ich insgesamt 6500 Rohstoffe hinblättern. Wehe, der kann nix. Aber ich glaube, der Adler ist auch so teuer. Oder kostet ja 1500. Ich bin mir nicht sicher. Schaut aber schon ziemlich interessant aus. Ja, ich baue noch ein bisschen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Türme haben nämlich ein bisschen Power. Aber mit den Spinnen kann ich gut angreifen gehen. So, nachdem mir jetzt so viel, so viel Zeugs hier gehört. Hau doch ab, Mann. Also, er ist jetzt eh tot. Was denn, was ein Idiot. Das tust du nicht, was eine Lasse ist? So, er kommt dann hier in die Arbeit. Baut! Sie greifen die Mine an! Hahahaha! Ha ha ha! Auf, spitzen! Sie kommen schon wieder. Achtung, Spinnenreich! Gehn uns auf! Dann mehr davonah mir noch. Macht euch wieder an die Arbeit! Okay. Nein, jetzt sehe ich den Drachen schon wieder nicht. Das heißt schon wieder, ich habe es dann erst einmal probiert, aber trotzdem. Und mir kören jetzt bloß ein paar Spinnen hier. Das ist echt traurig. Das hat er gut gemacht. Lang genug gewartet, bis ich kaum Einheiten habe. Und dann, jetzt habe ich halt für Minas Tiret sehr wenig Truppen. Aber ich habe die Schlacht gewonnen. Sei es drum. So, sofort speichern. Was haben wir noch? Karock. Das wird nicht ganz einfach, das wird ein bisschen länger dauern. Und die grauen Antworten. Was ist denn da das Limit? Kann ich mir gar nicht anschauen, wenn ich draufklick, dann war es das. Da ist nur ein Boromir. Yes, zurückgezogen. Da will er kämpfen. Okay, dann machen wir noch den Boromir. Schon wieder das Land, wo ich halt nur 360 Einheiten ausbilden darf. Warte mal, habe ich da nicht ausgebildet und ausgerüstet? Ich habe es versucht. Richtig, ich habe es versucht. Und dann habe ich zu schnell gewonnen, weil der Gegner schon wieder abgehauen ist. Aber das macht nichts. Als erstes machen wir wieder den üblichen Mist. Ein paar Spinnenreiter dahin, ein paar Spinnenreiter dahin, ein paar Orks dorthin, ein paar Orks dorthin. Und der geht da, da. Brandbomben. Wilde Orks sind egal. Keine Ahnung. Aber ihr könnt sie alle umbringen, wenn ihr das möchtet. Und die wilden Orks interessieren mich gerade gar nicht. Gibt halt auch wieder gut Geld, wenn ich das ganze Zeug hier vernichten kann. So, schön, alles zerstören. Ach, Gott. Naja, und? Yay, Level 2. Juhu. So, damit gehört der ganze Mist nie. Da hat es den Feind. Aber ich habe ja Brandbomben. Joa, die Wagen sind ganz schlimm. Vorposten. Dann können wir auch ein... Warte mal, die sind ja schon ziemlich kaputt. Und Ork Stufe 2 schaffen kein Orklager. Nicht schlecht. So, dann wird es Zeit. Für eine Füstung. Viel Spaß. Brauche ich jetzt hier wirklich nicht. Zwei Spinnenteile reichen. Jetzt hat er mir echtes Gold weggenommen. Weil ich da kurz unachtsam war. Okay. Das zerstören wir noch. Haben wir das Gold mitgenommen. Ja, das ist ja schön. Gut, gut, gut. Schatz, Lara. Und dann gleich noch eins. So. Ich fände es cool, wenn ihr da einfach mal kurz drüber rennen würdet. Ja, ungefähr so. Sehr schön. Dann können wir ja Spinnentierreiter ausbilden. Wunderbar. Oh, da muss ich aufpassen. Da hat es ein Boromir. Der probiert nämlich schon wieder böse zu sein. So, das holen wir uns. Und der fängt schon mal an, hier auszubilden. Abzugraden. Aha. Das Horn. Haben sie schon wieder Angst hier. Na komm jetzt. Irgendwann muss aber gut sein hier. Na also. Den schicken wir mal so rein. Der stört mir nicht. Weil, wenn ich alle Einheiten auswähle, ist der mit ausgewählt. Und da der keinen Upgrade bekommen kann, ist das sehr schlecht für mich. Deswegen würde ich gerne versuchen, die zu töten. Warte mal. Da können wir doch einfach drüber rennen. Na also. Boah. So stark. Ach, die können ja doch ab... Wie auch immer. Okay, schwere Rüstungen. Oder wie heißt das? Beuterüstung. Können die nicht bekommen, aber sei's drum. Das ist sehr gut. Das kann ich nicht zulassen. Das ist mein Gebäude. Oh, das ist sehr schön. Ich mag geschmiedete Klingen. Sie sind so nützlich. Oh, was sind wir noch? Oh, Katapulte. Klar, wieso nicht? Tja, daneben. Hat er daneben geschossen. So, wie gut sind ausgerüstete Reiter gegen ausgerüstete Spinnen. Ich glaube, das müsste gut für mich sein. Ja. Ja. Auch das sieht gut aus. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die hat aber eine Menge gebaut hier. Okay, Katapult zerstört. Ach, zerstört einfach alles. Das sollten sie ja hinkriegen, oder? Und natürlich kriegt das Katapult noch einen Schuss ab. Es bringt aber auch gut Geld, der Mist. Alle Mann, ihr stört jetzt. So. Gut gemacht. Schön gedacht. Und alles ausgerüstet. Das geht halt auf der Map so gut, weil es vier Vorposten gibt. Das ist so stark, wenn du die alle hast. Tidi. So, wo sind wir noch? Da sind wir noch. Was haben wir noch? Eins, zwei, drei. Drei Schlachten noch. Dann machen wir jetzt noch eine. Eine kleine da drüben. Ja, die machen wir noch. Und dann bin ich auch schon wieder ver... Oh, schön. Das ist doch echt nicht schlecht. Oh Gott. So, was haben wir hier hinten? Nichts. Alles klar. So, Saruman. Mit einem Bataillon-Lanzenträger oder so. So, die sind eh immer da unten. Äh, könnten wir die ganze Mist. Oh nein. Dann holen wir uns die ganzen Mist. So, bauen wir hier noch ein Ding. Bauen wir hier noch ein Ding. Da gehört mir nix. Okay. Ja, nimm's ein. Ich weiß nicht, wo die laufen. Ich hab keine Ahnung. Aber das würde ich auch gern können. Stark. Wie geil. Moonwalk. Das war das, was wir gesagt macht haben. Wir haben Moonwalk eingesetzt. Ich würde es sehr cool finden, wenn ihr da mal das Ding einnehmen würdet. So, und hier gibt's jetzt Spinnen. Die sind einfach am nützlichsten. Und noch mehr Spinnen. Die Anlegehäfenplätze brauche ich nicht. Kann man jetzt angreifen. Das einzige, wo ich mich ein bisschen in Acht nehmen muss, ist Saruman. Wenn ich den sehe. Aber, mal schauen. Aha. Die sind da echt einfach vorbeigelaufen. Na los. Kann nicht so schwer sein. Okay. Jo, die paar Flammen. So, das hier. Das hier. Dann gehen wir jetzt in Formation. Und dann greifen wir an. Der vornehmlich massiv viel ausbildet. Geht's ihm mal ein bisschen nach vorne. Weil vielleicht... kann ich die hier kaputt reiten. Und vielleicht finde ich auch noch irgendwo einen Baumeister. Oh, wenn ich's ganz gut mache. Aber nur, wenn ich's ganz gut mache. Oh, nice. Kann ich die Spinnen vielleicht sogar retten, ohne dass sie sterben? Nein, wenn ich's wirklich ganz gut mache. Kann ich's sogar gewinnen. Einfach so. Indem ich den Baumeister und alles da töte. Ich muss nur den zweiten Baumeister finden. Ja, rennt's mal weg hier. So. Warte, 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 warte. Tötet's, tötet's den Baumeister. Was hat's denn hier für Warge? Sehr interessant. Okay. Ist der Baumeister tot. Tötet's doch diesen blöden Baumeister. Weil da unten das Ding haben wir auch fast geschafft. Wir können nicht noch mehr Soldaten klären. Geht doch. Noch ein Gebäude fertig gesteckt. Sehr schön. Okay. Nachdem meine ganzen Skills langsam bergab gehen. Ich rede kaum noch. Bäh. Denke ich, es ist Zeit für eine Pause. Was bedeutet, ich beende das Ganze jetzt hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Territorien sind gleich geblieben. Aber Einheiten habe ich viel mehr bekommen. Sehr schön. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und macht's gut. Bis dann.